Sprengkommandoführer Sprengkommandoführer bzw. Feuerwerker oder wie man heute sagen würde Entschärfer im Deutschen Reich, also in Deutschland zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Hier auf dem Foto zu sehen Hauptmann und Ritterkreuzträger Heinz Schweitzer. Sprengkommandoführer Dementsprechend sollte das Zeigen dieser Symbole kein Problem sein. In diesem Zuge möchte ich mich aber trotzdem von jeglichen politischen Einstellungen gerade zu der Zeit des Zweiten Weltkrieges ausdrücklich distanzieren. Sprengkommandoführer 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 und war bis zum 19. Juni 1941 dort als Waffenausbilder tätig. Vom 20. Juni 1941 bis zum 31. Dezember 1941 war er Führer des unterstellten Sprengkommandos der Reserveflaggabteilung 181 und in diesem Zeitraum wurde er auch zum Oberleutnant befördert. Am 1. Januar 1942 wurde er zur schweren Flaggabteilung 646 versetzt, um dort die Führung des Sprengkommandos zu übernehmen. Die Abteilung wiederum war der 4. Flaggdivision unterstellt, diese gehörte zum Luftgaukommando Nummer 6 Münster in Westfalen. Am 17. November 1942 wurde er dann vorgeschlagen zur Beförderung zum Hauptmann und die dazugehörige Beurteilung von seinem vorgesetzten Oberst Hinze möchte ich hier einmal kurz vorlesen. Gereifter, anständiger Charakter, verschlossenes, zurückhaltendes Wesen, bescheiden und hilfsbereit, körperlich groß und kräftig, belastungsfähig, gutes soldatisches Auftreten, geistig gut veranlagt, geht mit Überlegung, Ruhe und Unerschrockenheit an seine Arbeit heran, hat sich als Führer des Sprengkommandos der Division ganz hervorragend bewährt, indem er zahlreiche Blindgänger vernichtete bzw. entschärfte. Seine Leistungen stehen weit über dem Durchschnitt, hat bei seiner Arbeit im außerordentlichen Umfange Tatkraft und Improvisationsvermögen gezeigt. Tritt im Kameradenkreis wenig hervor, ist jedoch allgemein beliebt und geachtet. Seine Umgangsformen sind einwandfrei, füllt seine Stelle gut aus, ist zur Beförderung zum Hauptmann uneingeschränkt geeignet. Auf diesem aktuellen Bild sieht man jetzt auch gerade ganz passend das Lager in Kalkum, wo die Blindgänger die Entschärften gelagert wurden und in der Mitte auch natürlich ein Riesenapparillo, eine HC-4000, eine britische Minenbombe mit den markanten drei Zünderbuchsen stirnseitig. Diese hatte Nettogewicht von, ich glaube, 1800 Kilogramm, also ein Mordsbrummer. Am 8. Juni 1944 wurde er dann Führer der neu aufgestellten Luftwaffenverwertungsanstalt in Kalkum, welche am 1. September 1944 nach Ära Les Sien bei Wolfsburg verlegt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob man das Les Sien oder Les Sien ausspricht, man wird schon wissen, was gemeint ist. Ende des Krieges wurde Schweizer dann im Ruhrkessel eingesetzt und lag dort mit seinem Sprengkommando in Feldstellungen bei Essen, wo er dann nach dem Durchbruch der Alliierten in Hagen, Westfalen in Gefangenschaft geriet. Diese war zum Glück nur kurz und so konnte er sich Mitte 1945 mit seinen Entlassungspapieren durch das zerstörte Ruhrgebiet über Berlin in seiner Heimat durchschlagen. Zum Tod von Heinz Schweizer gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen. Es ist dennoch ein tragischer Tod, denn am 5. Juni 1946 wurde er von einer Verbrecherbande ermordet, die sein Familienanwesen überfiel. Auf seine Gutherzigkeit und sehr, sehr menschliche Art komme ich später nochmal zu sprechen, aber an diesem Punkt muss man das einfach nochmal erwähnen, weil sein Tod dementsprechend umso, ich sag jetzt mal, tragischer ist und sinnloser, weil er eben keiner dieser verkorksten Nazis war, um es mal so auszusprechen, sondern wirklich ein sehr gutherziger Mann, der den Zuchthäuslern und KZ-Häftlingen, die in seinem Sprengkommando arbeiteten, oftmals viele gute Dinge getan hat und Gefallen getan hat, die er gar nicht hätte tun müssen und teilweise auch gar nicht hätte tun dürfen und sich somit sogar öfter mal selbst in Gefahr gebracht hat, mal ganz davon abgesehen, wie oft er sich bei seinen Entschärfungen in Gefahr gebracht hat. Zwischenzeitlich möchte ich natürlich auch mal auf die Fotos eingehen und auf diesem Foto sieht man den Feuerwerker Siegfried Rieger, auch ein guter Freund Schweizers, der mit seinem Trupp hier eine britische MC-500-Lipsbombe entschärft hat. So, nach seinem Lebenslauf wollen wir nun zu Schweizers Orden und Ehrenzeichen kommen, darüber habe ich leider wirklich nicht viel gefunden, weder im Buch noch im Internet, was ja bekannt ist, ist, dass er Ritterkreuzträger war, dieses wurde ihm am 28. Juni 1943 verliehen, sieht man auch schön auf diesem Bild. Dementsprechend muss er ja als Voraussetzung dafür die Eisernen Kreuze erster und zweiter Klasse haben. Wann ihm diese verliehen wurden, weiß ich leider nicht. Ich habe hier auch die Verleihungsurkunde, ein Bild der Verleihungsurkunde vorliegen, in dem beschrieben ist, für welche Taten er sein Ritterkreuz bekommen hat, eben für seinen Einsatz, riskieren von Leib und Leben etc. beim Entschärfen von Blindgängern und Langzeitzünderbomben. Ob er noch weitere Orden und Ehrenzeichen verliehen bekommen hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt auch kein Bild seiner gesamten Uniform, ob da jetzt noch ein Kriegsverdienstkreuz oder ein Verwundetenabzeichen war. Ich gehe jetzt mal da nicht davon aus, sonst würde es ja wahrscheinlich auch im Buch oder im Internet stehen. Also wird es wahrscheinlich bei den Eisernen Kreuzen und dem Ritterkreuz geblieben sein. So kommen wir zum letzten Abschnitt dieses Videos und zwar Heinz Schweitzer und sein sehr guter Umgang mit Gefangenen. Gleich vorweg, es gibt bestimmt einige, die denken, ach wie grausam. Gefangene wurden benutzt, um solch eine gefährliche Arbeit zu machen, wie Blindgängerentschärfung. Man muss gleich dazu sagen, es war für die meisten Gefangenen, gerade für die KZ-Häftlinge, mehr ein Segen. Denn a wurden die Gefangenen ausschließlich für Freilegerarbeiten benötigt, das heißt das Freilegen und Ausgraben der Bomben. Die wirklich gefährliche Arbeit, sprich die Entschärfung, haben ausschließlich Wehrmachtsfeuerwerker übernommen, was auch seinen Sinn hat, denn die wissen ja, wie es geht, die hatten die Ausbildung. Soviel zu dem Thema. Klar, es gab Unfälle, sollte man nicht verschweigen, aber im Endeffekt war die Gefahr nicht so groß, wie man sie sich vorstellt für die Häftlinge und es war eben eher ein Segen, weil sie dem Gefangenenalltag entfliehen konnten und eben, sofern sie zu solchen Menschen wie Heinz Schweizer kamen, einen sehr guten Umgang mit Verpflegung, mit Kleidern, mit etc. erhalten haben für ihre Arbeit. Auch eine gute Anekdote zu diesem Thema ist, dass gerade zum Ende des Krieges hin Heinz Schweizer sehr bewusst bei den Zuchthäusern Werl und Lüttringhausen am 10. April 1945 allerlei Gefangene, ich sag mal Beantragte, die er braucht zur Vernichtung von feindlicher Abwurfmunition, mit dem Hintergedanken, diese Gefangenen eben aus den Zuchthäusern mehr oder minder zu befreien, da am 13. April 1945 durch die Gestapo aus Solingen viele Gefangene ermordet wurden und anscheinend hatte man da schon so eine Art Vorahnung und Heinz Schweizer hat da im Prinzip einen großen Antrag gestellt für einige Gefangene, dass die da rauskommen und bei ihm eben dann arbeiten und nicht ermordet werden. Eine weitere Anekdote würde ich gern aus dem Buch zitieren. Das wird ein bisschen länger jetzt, da wird man auch ein bisschen was oder da werde ich noch ein bisschen was dazu sagen, weil da die Arbeit, die der jeweilige Feuerwerker dann ausführt, also der Herr Rieger, da bedarf es etwas Erklärung, finde ich, damit jemand, der sich nicht damit auskennt, versteht, was der Herr da tut. Ich lese jetzt einfach mal vor und unterbreche dann und erkläre, was er da gemacht hat. Am 16. August hatte der dem Sprengkommando angehörige Oberfeuerwerker des Heeres Siegfried Rieger eine freiliegende Bombe zwischen zwei Fabrikhallen in Erkrad, Düsseldorf zu beseitigen. Es war ein Blindgänger mit einem chemischen Langzeitzünder und einem elektrischen Kippzünder. So, da muss ich jetzt kurz zwischengrätschen. Also, da ist schon mal eine falsche Definition, es war so gesehen kein Blindgänger, denn Bomben mit chemisch-mechanischem Langzeitzünder waren dafür ausgelegt, dass sie ihn nicht sofort umsetzen, sondern, wie es der Name schon sagt, Langzeitzünder einige Stunden bis sogar Tage nach dem Abwurf erst detonieren, um eben die Hilfs- und Aufräumkräfte moralisch und auch körperlich natürlich zu schädigen. Nun haben wir hier eine sehr seltene Kombination, das heißt, ein Langzeitzünder und ein elektrischer Kippzünder. Die Langzeitzünder waren so gebaut, die hatten eine Ausbausperre, dass man die nicht einfach ausbauen kann, denn die Alliierten wussten, okay, wenn die Bombe dann, wenn wir die abwerfen und die explodiert nicht gleich und liegt da einen Tag rum und es kommt ein deutscher Feuerwerker, dann dreht der halt einfach einen Zünder raus. Also haben die eine Ausbausperre eingebaut, gab es verschiedene Möglichkeiten, dass man, wenn man den Zünder rausdreht, dass die Bombe gleich detoniert. Dann hatten die Deutschen wiederum Möglichkeiten entwickelt, die Bombe auch so zu entschärfen und diese Ausbausperre zu umgehen und um das wiederum zu verhindern, hat man dann einen zweiten Zünder entwickelt, einen Störzünder oder sogenannten elektrischen Kippzünder. Der war dann in der Spitze der Bombe verbaut, also der Langzeitzünder war im Arsch der Bombe im Heck und dieser Kippzünder hatte einen Quecksilberkontakt, einen elektrischen und war so gebaut, dass er nach dem Abwurf, wenn die Bombe im Erdreich zum Stehen gekommen ist, bei jeder, ich sag mal kleinsten Bewegung die Bombe zum Umsetzen bringt, was dazu führt, dass die Deutschen diese Blindgänger nicht mehr entschärfen konnten, oder diese nicht Blindgänger, sondern diese Langzeitzünderbomben nicht mehr entschärfen konnten, denn für die meisten Entschärfungsverfahren musste die Bombe bewegt werden und das konnte man mit diesem Kippzünder nicht mehr machen. Jetzt kann ich auch noch gleich dazu sagen, es gab auch für diesen Kippzünder eine Entschärfungsmethode, könnte ich jetzt hier auch lang und breit erklären, würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall geht die Story jetzt so weiter, ich werde gleich weiterlesen, dass er das Ding sprengen muss, weil er sie eben nicht entschärfen kann aufgrund dieser Bezünderung. So, wo waren wir? Diese Art von Zünder detonieren bei der geringsten Erschütterung. Sie konnten wegen der Zünderausbausperren nicht entschärft werden. Nach sehr schwierigen Vorarbeiten musste sich Riga zur Sprengung entschließen. Dank einer guten Sicherung mit Papierballen wurde die beiden Fabrikhallen nur wenig beschädigt, sodass bald wieder mit der Produktion begonnen werden konnte. Der Chef des Werks hatte vor Freude über den glücklichen Ausgang für Riga und seine Helfer, es waren Häftlinge aus dem Zuchthaus Lüttringhausen, eine Flasche Schnaps und einen Kasten Bier bereitgestellt. Obwohl es gegen die Vorschrift war, bekamen die Häftlinge ein Gläschen Alkohol und eine Flasche Bier. Auf der Rückfahrt baten zwei Mann um Urlaub für eine halbe Stunde, um ihre Familien in Gerresheim aufsuchen zu können. Dies durfte Feuerwerker Riga nicht erlauben, aber er tat es doch und beurlaubte die beiden Häftlinge auf Ehrenwort. Ein hoher Führer der Partei erfuhr dies und meldete den für ihn ungeheuerlichen Vorgang an die höhere SS-Führung in Düsseldorf, die den Fall an das zuständige Feldgericht der 4. Flakdivision abgab. Feuerwerker Siegfried Riga wurde nun verdächtigt, aus Sympathie mit Nazi-Gegnern den Häftlingen zur Flucht verholfen zu haben. Da nun Riga auf freiwilliger Basis und auf Anordnung Hauptmann Schweizer zum Sprengkommando Kalkum kommandiert worden war, wurde auf Fürsprache Schweizers der Fall an das für Riga zuständige Feldgericht des Heeres in Berlin überwiesen. Nach nochmaliger Fürsprache Schweizers hat ein dort bearbeitender älterer Gerichtsoffizier Verständnis für das soziale Verhalten Rigers gezeigt und das Verfahren eingestellt. So hat Siegfried Riga es Schweizer zu verdanken, dass er nicht verurteilt wurde. So, das war jetzt diese Story, hat sich etwas länger erstreckt, aber ein weiteres Beispiel hier wie Schweizer mit viel Mühe und guter Fürsprache dafür gesorgt hat, dass Riga eben einer Verurteilung verschont geblieben ist und hier sieht man auch, dass Siegfried Riga ebenso ein sehr, sehr guter Mann war, der hier auch seinen Häftling dann diesen Urlaub genehmigte, obwohl er es nicht durfte. So, nun sind wir am Ende von diesem Video. Das war jetzt also die Geschichte, die Geschichten und der Lebenslauf von Heinz Schweizer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war inhaltlich auch alles richtig. Sollte dem nicht so sein, bitte ich um Verbesserung in der Kommentarleiste, aber auch hier bitte sachlich bleiben, keine Beleidigungen und vor allem auch bitte keine politischen Diskussionen. Es soll sich hier rein um das Thema Kampfmittelbeseitigung bzw. Beseitigung feindlicher Abwurfmunition im Zweiten Weltkrieg drehen. Ich habe vor, in Zukunft noch weitere Videos zu der Thematik zu machen. Es gibt ja auch noch weitere, mehr oder weniger bekannte Sprengkommandoführer bzw. Feuerwerker wie zum Beispiel August Akta, Toni Thomas oder eben hier Siegfried Riga und noch weitere, die erwähnenswert sind. Über die Personen könnte ich auch in Zukunft Videos machen. Die werden wahrscheinlich nicht so ausführlich, da mir zu diesen Personen noch keine Bücher vorliegen. Dennoch, wenn es gewünscht ist, kann ich da kurze Videos dazu machen. Und wie gesagt, generell zum Thema Sprengkommandos im Zweiten Weltkrieg und oder auch Kampfmittelbeseitigung in der heutigen Zeit, habe ich vor, noch ein paar informative Videos zu machen. Ihr könnt mir ja gern mal Feedback in den Kommentaren dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ein Like und ein Abo natürlich auch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video.